Gut, wir müssen zum Drachen der Steinfestung. Das heißt, wir müssen uns ja irgendwie durchschlagen. Ja... Come on, blöde Feuerwehrmann. Blöde ist begrenztes Mana. Lauf! Haha... Na gut. Ich will zum ersten Mal eins. 15, 20. Sicherheitsspeichern hier. Jupp. Komm. Jupp, habe ich gesagt. Schau. 30. Einen können wir mal umhauen. Schau. Dann sieht es wieder süß aus. Na, lass uns erstmal. Das war. 30. Erstmal zwei, 15er. Ich darf damit allen herwerden, wenn wir kein Zauber daneben haben. Haben wir den noch? Ja. Ah, da hätten wir jetzt mal wieder ein zu wenig für den Feuerwehrmann. Na ja, du darfst mal wieder ein zu wenig für den Feuerwehrmann. Na ja, du darfst mal wieder ein zu wenig für den Feuerwehrmann. Du darfst auch mal mit unserem Blitz probieren. Ja. Boom. Das? Was ist das? Das ist hier. So, hier? Das ist nicht so weit. Das ist nicht so weit. Oh, doch, ja. Ach, da ist noch einer. Wirklich toll. Die Feuerwehrmann sind halt im Nahkampf. Wirklich echt. Im Chaos. So, im Fernkampf gehen sie ja. Aber als Paladin oder so. Mit dem Zweihandschwert. Wirklich anstrengendste. Oh, da ist wieder ein Echsenmensch. Oh, ja. Ja. Das ist voll effektiv. Hä? Da ist nichts zu holen. Wer war das? Die Stimme kommt uns doch bekannt vor. Ja. Zack. Zack. Ja. Zack. 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 Okay. Ach, ja. Nicht da ist nichts zu holen. Beim R. Gestalt. Gehstock. Tock. Voll der Funde in der Drohe. Hey, du bleib mal stehen. Willst du nur hin? Warte mal. Ja. Ich hab nichts zu uns zu kommen. Ist das sauer, weil wir nicht befreit haben? Wie sieht's aus? Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper. Alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawlerplatten gemacht. Hat mir nen Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihn ein paar Minecrawlerplatten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Wo ist dieser Wolf jetzt? Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Damals war er einer der Söldner hier in der Kolonie. Vermutet, dass er immer noch mit den Jungs rumhängt. Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks und was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Nein. Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. Wir müssen die Flaschen reden. Kommt. Kannst du auch Dachen ausnehmen? Sicher. Warum nicht? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Was willst du wissen? Dachenblutzapfen genau. du nimmst du am besten an seiner bauchseite besuche eine weiche stelle und stich mit dem scharfen messer zu bringen wir bei tiere auszunehmen was willst du wissen ja drachenschuppen sind sehr hartnäckig aber gerade wenn du glaubst du schaffst es nicht löst sich das ding von dem rücken des drachen danke nun mal nein kirk nicht schon wieder leute warum hängt sich das in der tatsache immer so oft auf stelle den spielstand mal bis jetzt her nach bis hierher man sieht sich so das sind wir wieder ich hoffe jetzt können wir mit gorn reden nicht dass es sich gleich wieder aufhängt das wäre dann eine sehr kurze aufnahme gut wir riskieren es wir sprechen ihn an drei zwei hier hast du dich also verkrochen du bist auch nicht klein zu kriegen was hast du schon beute gemacht ich warte noch ich habe den eindruck dass da oben in der alten felsen ruine was zu holen ist nachts brennen dort lichter und ich kann schreie hören ein drache höchstwahrscheinlich die hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte schatzkammer des königs leider ist das der einzige weg zur festung als ob die drachen noch nicht schlimm genug wären sie haben anscheinend noch einige weitere unholde im schlepptau was für unholde sollen das sein ich habe sie noch nicht richtig erkennen können aber sie sind aufrecht gehende wesen mit schuppiger haut sie streifen über die felsen wie snapper die eine beute gewittert haben ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören ich glaube sie haben die ganze ebene da oben in beschlag genommen was ist mit den orks ich beobachte sie schon eine ganze weile die barrikade die sie da unten errichtet haben soll irgendwas verbergen ich vermute es haben sich schon massen von ihnen dahinter versammelt du meinst noch mehr als ohnehin schon hier sind würde mich nicht wundern wenn sie eines abends ihre palisaden abreißen in scharen über dem pass marschieren und das ganze land überschwemmen ich habe kein gutes gefühl bei dem ding wenn das passiert muss ich zurück und lee warnen er will ohnehin von der insel verschwinden spätestens dann wird's zeitmann jo kannst du mir helfen in die festung zu kommen ich weiß nicht so recht ich habe angst dass die orks genau in dem moment los schlagen wenn ich gerade nicht hin sehe das ist paranoia kann's nicht ändern ich würde es mir nie verzeihen wenn ich zu spät käme verstehst du andererseits was soll's wozu bin ich hergekommen lass uns die ebene stürmen und den weg zur festung freikämpfen ein bisschen bewegung kann nicht schaden außerdem will ich mir die biester da oben mal aus der nähe ansehen sag bescheid wenn's los geht so spreche erstmal warum sich das manchmal aufhängt das ist immer so ich weiß es nicht ist genau wie mit manchmal spielstandladen da steht diese lass uns angreifen wie in alten zeiten was aber ich sag dir was das wird meine schlacht diesmal werde ich vorangehen also gerne tun ich werde dich nicht abhalten auf dem bären ja mit ich stehe auf diese hey Prozent da ist nichts zu holen warte mal Hotel rein ich stehe nichts zu plündern weiter geht's los jetzt habe ich ihn erwischt Echsemenschen die 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 Ja, komm, wir müssen hinterher, wir müssen ihm helfen. Ich weiß, es ist gar nicht ein bisschen faul, was wir machen, aber was wir machen, aber jetzt kommen wir voran, bevor der Wasserfahrt ist lauert, jetzt können wir die Pätschen drehen. So, lauert und so, jetzt gehen wir los. Oh! Hey, du! Ja, ja, ich würde schon überlegen. Auch nach oben. War ja ein Kinderspiel. So, mein Freund, den Rest musst du allein erledigen. Heiz ihn ordentlich ein. Ich werde zurückgehen, die Orks im Auge behalten. Kein Problem, ich seh dich. Hoffentlich. Jo, ich danke dir. Nicht uns bisher zu begleiten. Ja, ja, dieser Gorn. Gut, nach oben.